Das Eis in der Palavela Halle in Turin ist glatt poliert und es glänzt für die letzte Entscheidung bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften hier in Turin. Die Entscheidung, die unmittelbar bevorsteht, Kür der Damen, insgesamt 24 Läuferinnen sind dabei und sie können wieder alles live und hautnah bei uns im ZDF-Info-Kanal miterleben. Wir starten gleich in fünf Minuten exakt, so lange dauert noch diese Einlaufphase der ersten Damen. Das sind diejenigen, die nach dem Kurzprogramm, dem ersten Wettbewerbsteil, die Plätze 19 bis 24 einnehmen und das wird dann nachher die erste Starterin sein, die Sie gerade im Bild sehen, Anastasia Gimazetinova aus Usbekistan. Dann geht die Kamera schon auf die Vertreterin Spaniens, Sonja Lafuente. Wird hier gerade den Damen und Herren, den Zuschauern im Stadion vorgestellt. 18 Jahre ist sie alt, kommt aus Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria. Kanarische Inseln trainiert natürlich dort nicht, denn ich glaube kaum, dass es auf Gran Canaria eine Eishalle gibt. Und sie ist in Madrid unterwegs und nimmt dort die Trainerstunden. Ja, war bei den Olympischen Spielen im Finale schon dabei mit 22 Jahren. Entschuldigung, mit 18 Jahren, war sie 22, da hat die Zahlen durcheinander gebracht. So muss es richtig lauten. Ein guter Erfolg, ein großartiger Erfolg schon für Spanien, denn das war lange Zeit zumindest im Eiskunstlauf in einem Entwicklungsland. Aber dort gibt es neue Bestrebungen und insofern ist nicht nur sie vorne mit dabei. Wir hatten auch einen spanischen Herrn, der hier sich von der besten Seite zeigte. So, damit sind wir auch schon bei der zweiten Vertreterin aus Korea, genauer gesagt aus Südkorea. Er ist 16 Jahre alt, Min Jung Kwak, ist 23. nach dem Kurzprogramm und trainiert ebenfalls bei Brian Orser, der ja auch die Olympiasiegerin Yuna Kim unter seinen Fittichen hat. Ist erst vor wenigen Wochen zu Brian Orser nach Kanada gewechselt. Min Jung Kwak ist hoch motiviert und sagte, dort wo mein großes Vorbild, die Olympiasiegerin, trainiert, dort möchte ich auch lernen, wie das Eislaufen in Perfektion vollzogen und vollbracht werden kann. Aus den Niederlanden kommt Manuk Geisman. Aus Leiderdorp kommt sie. Trainiert die meiste Zeit in Soutemere, in Holland und versucht sich beim dreifachen Lutz. Hat hier überraschend das Finale erreicht. Als Letzte war sie noch mit reingerutscht, als 24. Das ist für sie natürlich schon mal ein guter Erfolg. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, hier beim Finale der Besten dabei zu sein. 28. war sie im letzten Jahr, nicht im letzten Jahr, sondern in diesem Jahr bei den aktuellen Europameisterschaften. Das war im Januar in Tallinn. Aus Estland, aus Tallinn, kommt Elena Glebova. 20 Jahre alt, 22. ist sie nach dem Kurzprogramm. Ja, da spielt noch Nervosität mit hier bei diesem Einlaufen. Da muss sie einen zweiten Anlauf nehmen zum Rittberger und die Regie blendet sich bei ihr aus. Macht nichts, sehen wir nachher nochmal. Doppel-Achsel, wir sehen Akiko Suzuki, die hier gestern enttäuschte, einen schwarzen Tag erlebte, dreimal patzte und damit ist sie, die bei den Olympischen Spielen noch achte war, runtergerutscht auf den 20. Platz. Also sie werden sich vielleicht an sie erinnern, wenn sie die Olympischen Spiele verfolgt haben, gehörte zu den Top-Leuten, die also in den besten Gruppen dann schon gelaufen sind. Diesmal muss sie ganz früh aufs Eis, für sie eher ungewohnt, 12.35 Uhr. Aber das nutzt nichts, da muss sie jetzt durch. Hier ist sie natürlich im Augenblick mal, so deute ich das nach diesem Sprung, dreifacher Flip war das, die beste Springerin aller derjenigen, die sich im Moment noch einlaufen. 30 Sekunden noch einlaufen, dann geht es los. Schöner Blick jetzt nochmal über die Palavela-Halle, die jetzt noch nicht ganz gefüllt ist. Das wird dann wieder der Fall sein. Auch heute haben wir wieder die Information bekommen, dass die Halle restlos ausverkauft sein wird. Wir hatten eine grandiose Atmosphäre bei den Entscheidungen in den letzten drei Tagen. Da hatten wir jeweils 8.000 Zuschauer hier dabei, die die entsprechende Atmosphäre aufbauten. Scheinwerferlicht reflektiert ein wenig. Daran ist gut zu erkennen, dass das Eis oben noch ein wenig feucht ist. Gerade an den Stellen, das kann man genau sehen, wo das Scheinwerferlicht reflektiert. Das heißt, das Eis schwitzt ein wenig oben. Durch die Wärme wird es ein wenig angetaut. Ein hauchdünner Film und das ist für einen Eiskunstläufer immer das Zeichen, dass er da den besten Griff hat, dass die Schiene einen guten Griff findet und dass das Eis nicht zu hart ist. Perfekt, die Bedingungen hier.